Oh boy, da geht eine weitere Runde los. I bims. Oh sch... Und zwar ist es Dualität. Eine neue Waffe, die es in der momentanen Saison gibt. Das ist eine Schrotflinte und das Besondere bei der ist einfach, die ist im Grunde wie Chaperon. Weil hier sind die Schrotzen so, dass sie... So, nun sind wir hier in der ETZ und ich werde mal an ein paar unschuldigen Opfern mal was probieren. Also sie sieht natürlich auch schon fancy aus. Das war nicht Dualität, aber ist ja lustig. Man sieht schon hier, man sieht nur eine Zahl. Das heißt, es ist ein einziges Geschoss. Wenn man zum Beispiel hier aus der Hüfte feuert. Ups. Ja, da sieht man schon mehrere Zahlen. Das heißt hier, die macht quasi so ein Spray, wenn man sich duckt. Why is that little peck neck? There he is. Also ja, wenn man sich duckt, macht sie so ein Spray und macht ein einziges Präzisionsgeschoss, wenn man dann... ...wirklich quasi... ...so normal feuert. Bonk. Und nun ja, das werden wir in PvP ausprobieren. Ich hatte eigentlich vorher noch ein paar andere Ideen gehabt, wie man welche Waffen ich benutzen könnte. Zum Beispiel hier... Ja, der Hase. Weil ich bin jetzt so verfahren, ich habe die nie benutzt gefühlt. Aber ich dachte halt, naja, Schrotzen sind lustig und... Hä? Könnte man ja auch mal machen. Aber naja, jetzt geht's erstmal los. Und da we go, fucking die. Das ist der Stadtperimeter. Oh, das ist der. Das ist die Map. Nice. So. Oh, boah, jetzt geht los. Ah. Ah. Das war Stress. Oh. Wenn mit S. Boba Fett. Wie auch immer ein anderer Typ war, hieß der. Aber ich liebe diese Namen. Hey. Oh. Ich dachte bitte, du laufst durch, damit ich nicht schrotzen kann. Hat's funktioniert? Nein, der ist noch hoch. Der wäre so geil gewesen. My boy over here. Just can't fucking... Ah. Ah. Okay, es war kein Dualität-Kill, aber es war immer ein Kill. Und ein Typ ist geläftet. Würde ich auch tun. Äh, ich hab's geschafft, ich hab'n geschrotzt. Nun, wie wird das wohl ausgehen, das werden wir gleich sehen nach diesen einen kurzen Ankündigungen. Ich habe schon letztens, bei meinem letzten Video, wo ich ja das über Living Gobble gemacht hab, wissen, wofür ich immer noch hasse. Na gut, sie spielt sich vielleicht lustig, aber ich hasse sie immer noch. Und ich war echt überrascht über die View-Anzahl, die ich so gesagt habe. So was ist schon wirklich interessant und ich würde schon so... Und für so einen kleinen Channel wie mich ist erscheint das, was ich schon gern mag. Also hier, naja. Wenn euch mein Content gefällt, was ich schon sehr verwunderlich finde und ihr das schon öfter sehen wollt, auch wenn ich hier wirklich oft Sachen aufnehme, naja, dann abonniert einfach und so. Ein Like müsst ihr nicht da lassen. Keine Ahnung, ob ich machen soll. Es kostet ja im Grunde nichts. Und naja, das würde so einen kleinen Kanal wie mir drin aushalten. Okay, out. Ups. Ihr hattet schon erwartet, dass so etwas passieren würde, oder? Aha. Oh. Okay, das war nice. Haha, vollidiot. Ich hab keine... Oh. Gut. Ich will gerade in der nächsten Runde einstehen jetzt der Typ, der in unserem Team ist jetzt hier in der Runde. Ui, das war ein nice Schrotzer. Oh Gott, das war ein Bein. Und wie heißt der Typ, der hat keinen normalen Namen, sondern ist er einfach nur ein Twitch-Link. Ich find's trotzdem nötig, ich hab grad irgendwie... Ich hab doppel Ganaten-Power, weil ich hab die Heilrüstung. Sie hat halt eben Heilrüstung, aber sie heilt gar nicht. Sie hat einfach nur zwei Raketen. Oh. Haha, angefahren. Nice. Ha, wer ist hier der Loser? I've never seen it. Ich mag den Design. Wirklich. Tja, no aim club. Jetzt muss ich noch mit Handvoller Waffe spielen, weil ich hab keine Muni mehr. Wenn man keinen Aim hat, also nimmt man einfach nur hier. Nahkampf. Tja, Titan Gang. Warte im Text. Okay, das hab ich verdient. Oh. Eis ist kalt serviert. Oh, ich hab ihn noch geschrotzt. Nice. Vor dir, vor dir. Ja, jetzt fink ich. Unentschieden. Unentschieden. Was? Ach, ich hab mir das Regelbuch. Das hätte, das hätte nicht passieren. Ich wusste halt nicht, weil das doch so geht. Voll geil eigentlich. Die Pissen. Tämlich jetzt mal. Voll joh. Na, Mann. Hi. Oha, das war so fies. Geil. Ein normaler Geil. Geiles Team. Ich bin einfach hinterher gegangen und so, hi. Gestotzen. Ey, aber die Pissen ist wirklich geil. Glauben wir. Nein. Pfeffer. Ich hab einfach noch komplett dazu. Nice, Mann. Das. Ist. Geil. Pwp. Oh Gott. Felwinter. Nein, nicht der Winter. Reichen dich. Okay, ich frag mal, wer Bock auf Amorafat hat. Was? Boah, Idiot. Wenn du das nicht rausschleißen, dann verklagen dich bis zum Roten Boden. Wann. Hey, mag ich nicht abgleichen. Ich hab mal die Bisschen glänzt. Ich hab mal die Bisschen glänzt gekillt. Müssen. Ich hab mal die Bisschen glänzt. Halbr volver soll. Du bist eine Bisschen glänzt. Verbra dit', das ... Vomogli gesteuert.